Hallo und herzlich willkommen bei so viel Luft was ich bin mit um heute wollte ich euch ich kann weil mir ist das nicht besser ist eingefallen und ihr könnt auch unten in den Kommentaren schreiben was ich machen soll und ich hoffe die Qualität ist besser als das letzte Mal weil ich habe keinen Satz Akku für die Kamera auch nicht wieder ein Verschrankung man nicht so gut sehen kann weil ich was halt hier mit meinem Handy und dann er hat man da das ist so komisch und nicht nur nach dem Rundfunk ich habe hier ein Lampen stehen ein Steckdorf und Stecker auf meinen Laptop und dann noch so so glatt aus. Nein, da hast du nicht geglättet, ne. Die geglättete Haare sehen anders aus und dann fang ich schon mal an, die Fechtsachen zu zeigen. Also, das ist meine Tasche, die ist gerade offen. Das ist mein ganzer Stolz. Ein Degen, der fühle mich neu. Habe ich jetzt einmal benutzt. Dann hier eine Jacke, eine Hose, weil die nicht in Handtun. Ich frage mich der Graf, wo ich eine Maske hingelegt habe. Hm, hm. Egal. Und dann, wer das mich kennt, Kram, 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 das ist mein Florett, mit dem ich ein Poster. Florett, 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 oder kein Poster, ein Plakat, Florett, Plakat, merkt die, die unterschiedlich. Ja, und, äh, weil ich ziemlich unter Zeit trug, stehe und meine Haare total fett, ich frage mich, wo ich die Gäste erst waschen habe, egal. Ähm, was war schon wieder, nicht so, weil es so wenig ist. Und dann, sag ich immer, ciao.